Du hast noch einen Speer hinten zu stehen, der ist wiedergekommen. Ach, der wird die Kriegswende bringen. Steiner und seine 9. Armee sind da, enden sich! Auf der anderen Seite auch noch einen. Speer, ja! Venk wird kommen. Scheiße, jetzt geht die Kraft rein. Venk ist ein ausgezeichneter Speerträger. Der Elf hat keine Eifelbahnbrücke an der Ohren. Die Gruppe Steiner wird dem Dunkel-Elfen einen gewaltigen Schlag verpassen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist wahr, Befehl! Ah, wer ist denn jetzt gegangen? Ah, come on, Magic.